Guck mal, ich würde mal sagen, das ist 100%ig ein King, oder? Ja. Geil. Heilige Scheiße. Kommt er, kommt er, kommt er? Nein, hierher, hierher. Oh shit, ich sterbe, ich sterbe. Leck mir. Please don't help me. Please don't help me. Nein, nein. Doch, hast du. Nein. Oh, hier ist ein schöner Affe. Das ist ein richtig schöner Affe. Alles klar. Alter, ist der abgehauen. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Hallo, geh weg. Wir sind jetzt kurz weitergeritten, denn wir haben, wir haben uns gedacht, wir zähmen uns mal die Pederanodons. So, Problem ist, wir haben jetzt nur einen gesehen, Alter, ist das hell. Siehst du das auch, wie der sich hier bewegt? Das ist ein Large Agent Havis. Der hier? Der da, ja. Bist du ganz sicher? Ja. Äh, es war mal einer, es war mal einer. Der war ja echt schwach. So, ich will mal kurz gucken. Ich sehe bis jetzt noch keinen. Siehst du einen? Nee. Oh, was ist das denn? Achso, das ist ein ganz normaler. So, Male. Ich sehe immer noch keinen. Irgendwann, da war doch noch einer hier. Kann das sein, dass die alle drüben sind? Also, ich sehe hier. Was ist das denn? Ach, ein Schwein. Ich bin ein kleines Stückchen zurückgegangen. Oh, da hinten ist ein Schwein. Ach, bist du das mit dem Drachen? Ja. Oh, super. Hier müssen irgendwie, ich habe schon mal beim Video gesehen, also wo wir irgendwo hingereist sind. Ach, schade. Hätte ja sein können, dass das noch ein Ei ist. Da waren hier Apposion-Pederanodons. Die wären jetzt eigentlich ziemlich gut, wenn wir die jetzt hätten. Ja, ich gucke jetzt gerade mal nach. Aber ich glaube, wir sind, oder? Ja, guck du mal. Ich gehe hoch in den Wald. Ich lasse die Dinos bei dir, ja? Also, lässt du sie am Strand allein stehen. Okay. Nicht alleine. Du bist doch da. Du weißt doch, ich vertraue dir. Doch, ruhig. Das glaubst du wohl nicht, dass ich lüge, oder? Boah, guck mal hier. Wir sind Survivor, dass du fit bist. Ist genau dieselbe Stelle, ey. Echt jetzt? Ja. Hier haben wir schon öfters einen Kran und so gezähmt. Jupp, das ist die Stelle. Was war das? Okay, ein Schwein. Alles klar. Wir haben uns jetzt gedacht, wir wollten eventuell noch was bauen in unserem Lager. Aber ich weiß nicht. So wie es jetzt aussieht. Wir finden gerade nichts. Ich sehe gerade, wie sie da hinten rumfliegt. Aber... Jo, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ähm, kommst du aber her, kommst du aber her? Der darf nicht... Er fliegt, er fliegt. Hast du ihn? Du musst ihn langsamer machen. Ich bin noch nicht mal bei dir. Er ist runter, er ist runter. Perfekt geschossen. Einmal und das war's. Alles klar. Warte, ich habe hier schön gesammelt. Der ist Level 96. Warum geht der mit einmal down? Mach ihn, hast du... Ich habe nichts mit... Mach mal, mach mal, mach mal Narkotiks, Narkotiks. Hau ihn irgendwie oder so, oder so, oder so. Nee, ist doch alles gut. Der ist richtig langsam. Hier, ich glaube, ich brauche noch nicht mal so viel da reinzuzischen. Das geht ja richtig locker. Gib ihm, äh, Drink. Ich habe drinne. Wieso soll ich den Drink geben? Ich will kurz gucken, wie... Na. Guck einmal kurz, äh, wie viel er ist. Ich will gucken, ob hier noch jemand ist. Weil, ich wette, dieser Peter Rane, der ist übelst krass schwach. Der, ja. Würde ich jetzt behaupten. Ja, so wie es aussah. Ja, also würde ich jetzt sagen. So. Oh. Oh, die Spinne will ich jetzt nicht. Bring jetzt hier bitte keine Spinne her. Die kleinen Spinne kann man ja nicht töten, ne? Keine Knappe töten. Ich rette dich ja. Oh, was war das für ein Ton? Okay, ich wollte gerade sagen, Topur geht jetzt übelst krass hoch. Aber alles noch gut, alles noch gut. Digga, du musst mal was fressen hier. Ja, so geht das nicht. Kann das sein, dass hier irgendwo der... Wie heißt der jetzt? Die Morphodon King ist? In der Nähe? Äh, ja, vielleicht. Ach, ich geh mal hoch. Ich glaub... Der frisst nicht. Wie, der frisst nicht. Das geht total langsam runter. Schnell, bevor das... Bevor das Fleisch... Vergammelt. Ja. Abläuft. Ja. Ach, in dem... Alter, das sieht so schön aus. Wow, weil hat einer was geflasst? Das geht langsam hoch. Langsam? Ja, guck doch. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit hier annehmen zu stehen hier. Warte, warte. Digga. Guck mal, glaubst du, den schaff ich? Ist das ein King? Nee. Das ist ein normaler. Guck mal, ich würde mal sagen, das ist hundertprozentig ein King, oder? Oh Gott. Yo. Äh, der kommt aber nicht hinterher. Er hängt da an den Stein fest. Sicher? Ja. Geil. Oh Gott. Jetzt bin ich weg, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg, jetzt bin ich weg. Heilige Scheiße. Alter. Ja, komm. Ja, komm. Das ist der King. Da. Wirst du mich nicht kriegen, wirst du mich nicht kriegen, wa? Den will ich kurz sehen, den will ich kurz sehen. Ach, hi, Mammuts. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist hier noch was? Alter. Gut, dass ich so schnell bin, ey. Rechts ist er, rechts, rechts, rechts. Warte. Links, jetzt links. Achso, das war mein Affe. Da. Nee, aber ich sehe gerade da unten was. Oh Gott. Er ist in Rage-Mode. Mode. Holen wir, oder? Was ist das da? Da war noch ein Affe. Nein, nein, nein. Da war ein Mountain-Affe. Ja, ich sehe. Und ein Mountain, ähm, Sabertooth. Problem ist... Sicher, dass es Mountain war? Bei Mountain weiß ich es weiß. Da bin ich mir sicher. Der ist Gold. Dann ist es... Was war das? Sieht aus wie ein Vogel, ne? Nein, 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 nein. Das... Das ist eine Mega-Neure, aber wo? Achso, das ist eine kleine. Ist das der King? Nein, nein, nein. Ist ein Klein. Ist Klein. Ist Klein. Der darf mich nicht treffen. Wenn der jetzt wirklich so stark ist wie Dings hier, dann bin ich weg. Oh, 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 oh. Heilige Scheiße. Jetzt hat er genug Freunde jetzt heute ab. Warum greift mein Affe nicht an? Angriff, Angriff. Scheiß ihn doch an. Oh Gott. Oh, er hat mich noch nicht getroffen. Er hat mich noch nicht getroffen. Yes. Was würdest du sagen? Soll ich den einen Trank reinzischen? Ja, was ist mit dem Piteradon? Oh, Problem ist, ich habe gar keine Bären. Digga, hast du irgendwas? Na klar, der Affe da auf deiner Schulter auf jeden Fall. Ja, was isst denn der gerne? Alles an Bären. Alles an Bären? Ja. Jetzt muss ich aber auffassen. Ich muss auf die Töne hören, die ich jetzt gerade hier höre. Krass, ey, krass. Scheiße. Ja, ja, ja. Wie steht es bei dir so? Ja, naja. Alles ganz gut. Ist noch nicht mal ansatzweise bei der Hälfte. Ja, Problem ist, ich will den Sabertooth da auch noch haben, ne? Digga, wir müssen kurz farm gehen, ja? Was war das? Es ist Mega-New York King. Scheiße. Und ich bin auch noch da. Oh nein. Ich habe gedacht, das wäre eine kleine Lebelle. Affe, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ach, den Schassel. Kannst du mal herkommen mit den Dinos? Spinner, 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 Spinner. Lass ihn in Ruhe. Tod. Der hat den Piteraner von dir angegriffen. Ist tot oder was? Nein. Alter, Mega-Neura, bitte. Verzieh dich. Scheiße, schaffe ich nicht, ey. Ja, 10.000... Äh, nee. Doch, schaffe ich, schaffe ich. 1.000 Energie hat er hier. Ich habe Shotgun, ich habe Shotgun, habe ich mit. Die werde ich jetzt auch nutzen. Stimmt, ey. Unsere Dinos stehen ja da hinten noch, ne? Ja. Oh, ich hole die dann mal. Cool wäre es, wenn ich jetzt einen Drache hätte. So, wie sieht es bei dir aus hier? Alles gut? Ach gut, der hat noch genug zu essen hier. Ey, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die jetzt ankommt hier, ey. Wer denn? Der Mega-Neura-King. Problem ist, mein Affe, der schafft das nicht. Oh, oh. Eine Rüssi ist jetzt schon bei mir kaputt. Okay. Aber sieht noch ganz gut aus. Sieht noch ganz gut aus. Ich hoffe es, ne? Wir bluten die, ja, ne? Oh Gott, der Affe steht bestimmt auch gleich auf. Ah, ne, alles gut, alles gut. Wo ist jetzt der blöde T-Rex? Der Mauten-T-Rex. Wo bist du? Alter, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Okay, meine Rüssi ist noch Hälfte da. Zur Hälfte. Also, es sieht nicht so top aus, ne? Für mich. Okay. Also, wäre gut, wenn du einen Drachen hochbringen könntest. Ja, erstmal muss ich mich um die Dinos hier kümmern. Mein Problem ist, hier steckt Anna richtig fest in der Erde. Ne, Dings ist scheißegal. Der Pteranodon ist egal. Komm hier hoch zum Berg. Also, wenigstens bring mir den Drachen. Und nimm doch, und nimm noch einen, äh, hier, wie heißt es jetzt? Einen Alpha-T-Rex mit. Scheiße. Ja, warte, es dauert einen kleinen Moment. Ich muss erst mal vom Strand wegholen. Du musst, ansonsten bin ich, nimm aber einen Alpha-T-Rex mit. Irgendwas von denen. Am besten wäre der Spino. Meine Rüssi hält nicht mehr. Du musst herkommen. Du musst herkommen, bitte. Ja, das Problem ist, ich bin schneller wie die und ich will jetzt erstmal für dich kommen. Los, komm, 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 komm. Er speichert, er speichert. Die Dinos kommen nicht. Also dein Alpha... Ach doch, da sitze, da sitze, da sitze. Gut. Wir kommen, oder auch nicht? Ja, los, los, los. Der Alpha hat jetzt keine Tränke mit. Ich hab jetzt keine... Beeil dich! Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, die Dinos kommen... Ich bin noch nicht mal mehr bei den Dinos, weil ich zu dir fliege. Ich sterbe gleich. Los, greif ihn an. Genau, genau, genau. Behalte ihn kurz im Auge. Äh. Zack, 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 zack. Nein! Oh, du bist die Schlauste auf Erden. Hab ich ihn echt getötet? Du bist die Schlauste auf Erden, ja. Dankeschön. Och, Mann. Aber ich hab ihn noch nicht mal anvisiert. Ja, ja, hast du gesprüht, also mit dem Feuerarten, ja. Ja, aber geradeaus. Da könnte er gar nichts da unten abkriegen, ja, fuck ich. Wo hast du jetzt einen Alpha-T-Rex mitgebracht? Ja, keine Ahnung, wo die sind. Die sind irgendwo im Wald. Du hast... Nicht dein Ernst. Komm nicht weg. Greif an, greif an. Ich hab keine Stamina mehr. Der weiß doch, der kann doch sich regenerieren. So, los, los. Der Mega-Neue bleibt stehen. Der bleibt stehen. Das kann nicht sein, Alter. Was war das? Mein Affe. Achso. Ich wollte gerade sagen hier. Alter, das kann nicht sein. Warum ist der so stark? Ist er tot? Nee. Ich guck mal kurz, wo die Dinos sind, ja? Scheiße, ich halt nicht... Alter, der hat fast keine Stamina mehr. Ja, dann komm weg da. Dann glaub. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie, in welche Richtung die Dinos gelenkt haben... Ich seh' da unten was Großes, aber ich weiß nicht, was das ist. Ein Bär, der ist Feuer. Ja, wo sind die Dinos? Die müssen da sein. Ja, wo? Geradeaus einfach runter. Ich bin nur geradeaus hochgeflogen. Äh... Ja. Wie gut, dass du nicht weiter nach rechts gelaufen bist, weil das doch der Piteranodon king. Ja, das wär mir egal gewesen. Ich weiß nicht, was du mit unseren Dinos gemacht hast. Tja, wenn du so gesagt hast, komm her, komm her, komm her. Ja, ein bisschen Zeit hättest du ja lassen können. So, wo sind sie? Äh, wisst ihr, Leute, sie ist ganz genau geradeaus geflogen. Sie findet die Dinos selber nicht mehr. Na, wer sagt denn das, dass ich sie nicht finde? Ich hab dich gerade gesehen, wie du am Stand hingefahren bist. Ja, ich suche ja auch gerade den... Da ist doch der Alpharex. Ja, und wo ist jetzt der Spino? Ja, den Spino hab ich gar nicht mitgenommen. Ach, nur den Alpha hast du jetzt mitgenommen? Den Alpharex und den Mountain T-Rex hatte ich mit. Ja, und wo ist der Mountain? Alter, warte doch mal. Warte doch. Der Peteranodon ist auf jeden Fall wieder oben. Das war's. Warte, 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 warte. Ja, der Peteranodon auf den Schein... Ah, nee, ist er gar nicht. Hier ist noch einer. Oh, 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 er ist noch unten, er ist noch unten, er ist noch unten. So, ich komm gleich wieder. Ja, mach das. Rache ist sehr süß. Ich brauch aber den Spino, wo ist der? Ja, hier unten bei mir. Alles klar. So. Du gibst mir kein Zellativgetränk, dann wäre er schon längst fertig. Dann hätte ich dir schon locker helfen. Nee, jetzt brauch ich keinen mehr. Jetzt brauchst du keinen mehr. Jetzt brauch ich mir keinen mehr. Alles klaro. So, mitkommen. So, der genau geradeaus, wie den Wald hochrennt. Da müsste er irgendwo sein. Der müsste da sein. Der Mountain. Der Mountain T-Rex war gerade bei dir. Nein. Doch, der war gerade bei dir. Hä, der Alpha ist mir hinterher gerannt. Nein, 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 nein. Der war gerade neben den. Oh Gott. Ich, ich, ich lauf jetzt einfach durch. Ach ja. Ach man. Ah, gay. Warum können die Dinos in sich reinbuggen? Warum? Die haben uns, haben es halt drauf, ne? Nein, das, das hätten die mal ändern müssen. Guck mal. Also, wer das schon in der letzten Folge gesehen hat, das war schon echt, ne? Triggy, aber heftig, ey. So, Digga, du kommst jetzt mit. Wer kommt mit? Der Pythoranodon ist fertig. Da ist der Mountain T-Rex. Okay. Ey, das glaub ich nicht. Was machen die? Ach, der T-Rex verfolgt mich gar nicht. Und der T-Rex... Oh Mann, ey. Das müssen die ändern. Die müssen das ändern. Warst du da unten gerade? Ja, da unten bist du. Alles klar. So, ich spiele noch. Oh, was ist denn das hier mit dem blöden T-Rex? Das steckt ja echt überall fest. Ja, der hier auch. Ich verstehe gar nicht. Die rennen hier alleine rum und sind übelst stark. Dann hauen sie die ganzen... Da ist ein, 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 äh, Feuer, ähm, ähm, Feuer, wie nennt man sie? Feuer, Feuer, Feuervogel. Feuer, Feuer, Agenturis oder was? Wo? Unten bei dir oder was? Ja, der ist viel weiter links, wo ist er? Boah, alles abholzen, alles abholzen hier. Alles weg. Ich brauche Sicht. Hier irgendwo ist er. Hier war er eben gerade. Der kam runter und ist wieder hochgeflogen. Ja, nicht, dass er jetzt unten ist, weil dann ist er tot. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn. Hier geblieben. Ähm, so, ich packe ihn mir. Das ist er, oder? Ja, genau. Der sieht so aus. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, war da jetzt gerade ein Dilo beim Spielen und nicht, dass der jetzt angegriffen wird. So. Und, zack. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hast du ihn down gemacht? Äh, wenn er down geht, ja. Der ist auch sofort down. Okay, Level 54. Den soll ich jetzt was reinzischen, ne? Ja. Okay, er isst ja Fleisch, ne? Er isst Fleisch. Alles klar. Hast du noch? Oh Gott, wie viel. Ja, ich werd gerade hier von so einem scheiß Viech angegriffen. So einer scheiß Fliege. Ja, erzähl von einer Fliege. Von einer Fliege? Ich habe genug Dings. Alter, den kriegen wir ja locker. Den haben wir jetzt. Ja, wow. Ich hab das Priming umsonst rausgenommen. Na, egal. Oh, wie nennen wir den? Ich nenn ihn kurz Argy, ja? Heißt ja noch keiner. Komm, nicht auf dumme Gedanken, du blödes Kackding. Was ist denn das? Ich hab gedacht, das wäre ein Mann. Ist egal, ist egal. Ähm, ich brauch jetzt meine Rache. Willst du den noch hier unten behalten bei dir? Den Feuer? Nee, ich will auch mit was machen. Ach so. Ich hab keine Bock, hier auch Passer zu spielen. So, pass auf. Dann nimm deine Dinos mit. Der Mega Neuraking, der muss jetzt kurz sterben. Ach, die Spiele rennen gar nicht hinterher, ne? Wollte ich nur sagen. Wie der? Ach so. Hä, ich hatte gerade T gedrückt. Ja, er steht da immer noch. Na, jetzt kommt er doch. Doch, er folgt Arneki. Ja, aber er blieb da eben stehen. So, als wenn nichts wäre. So, pass auf deine Dinos auf. Denn, you know. Du weißt warum. T-Rex, komm hier hoch. Ey, sag nicht, du kommst hier nicht hoch, Digga, ey. Meine Güte. Die müssen hier überall... Oh, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Einfach mitkommen. Einfach Whistle Passiv machen und dann erstmal einfach mitkommen. Hier geh ich erstmal weg. Und da kommen sie schon. Ja. So, hier könnt ihr attackieren. Hier könnt ihr euch attackieren. Da hab ich jetzt wirklich nichts dagegen. Okay, mitkommen. T-Rex und Co. kommen also auch hier mit. Das ist perfekt. Holt's mal hier ein bisschen ab, weil dann siehst du ja, wo sie feststecken. Ja. Sie kommen. Ich steck im Pteranodon und Kopf fest. Keine Ahnung. Ja, ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben den Pteranodon und den Argen Terrace. Hier ist ein schwebender Baum. Ist nicht schlimm. Was ist das hier für ein Argen Terrace? Ist das ein Mountain? Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Wer wie wo was... Och Mann, ey. Ich krieg die Krise. Ich krieg komplett die Krise. Hier ist ja der King. Der T-Rex-King. Schnell zieht hier lang. Ja? Ja, warum sagst du mir das nicht? Ich bin direkt neben ihm gewesen. Pass auf, unter dir ist so ein Raptor. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich bin doch noch neben ihn. Boah, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Leute. Okay, der kommt nicht hinterher. Alles klar, gut. So, Digga, ich muss auf dich rauf. Ansonsten bin ich tot. No. Ei, 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 ei. Ich hab keinen Fallschaden gekriegt. Kommt der hinterher? Der Spino! Der T-Rex kommt, der T-Rex kommt, der T-Rex kommt. Ja, Problem ist, ich komm nicht mehr weg. Ich komm nicht weg. Angriff, Angriff, Angriff. Geh auf ihn rauf. Ach, Mann, ey. Du scheiß Vogel. So, bist du drauf? Ja. Angriff, Angriff. Den schaffen wir, den schaffen wir, den schaffen wir locker. Hoffe ich mal. Ich weiß, es ist nicht... Warum greift eine Spine und so nicht an? Ach, er ist tot. Level 34. Komm, der Mega Neuer King ist auch noch dran. Ah, da hinten, ich seh, der fliegt da oben noch lang. Komm hierher. Aber warte, ich will erstmal mal ein Stamine aufbauen. Komm hierher, komm runter. Komm runter. Komm, ich warte schon. Ne, den muss ich anloggen. Ach, komm doch, du blöder T-Rex. Es kann doch nicht sein, dass du überall feststeckst. Deswegen sind sie bestimmt auch ausgestorben. Das kann sein, das kann sein. Dann wette ich mit dir. Wo ist denn der? Ach, hier ist er. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich seh ihn nicht mehr, ich seh ihn nicht mehr. Der Spine und der T-Rex sind an derselben Stelle. Siehst du gerade, wo er ist? Ach, na toll. Aber er ist tot. Wir sind zu spät gekommen mit dem Drachen. Ne, ich war die ganze Zeit da. Jetzt will ich den Sabertooth haben. Mit, komm. Mit, runter. Ich will den haben. Ja, du weißt. Der Spino hängt da unten fest und ich hänge jetzt auch komplett den... Oi, 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 oi. Mir ist das jetzt egal, welcher da jetzt festhängt. Ich hol den mir jetzt. Ich lass den jetzt auch einfach da, weil die sterben nicht so schnell. Hoffe ich doch mal. So, wo warst du denn jetzt? Schön, wir haben Feuer, Agentaris. Jetzt ist er weg. Ich hab einen schönen Trank dafür gebraucht. Soll er sofort ausspucken, ey. Äh, wo ist der hin? Wo bleibt bitte dein Spino? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Kommt er, kommt er, kommt er? Nein, hierher, hierher. Oh shit, ich sterbe, ich sterbe. Weg mir, weg mir. Ich kann nicht fliegen oder so. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, was kann ich dafür? Hast du gut gemacht. Ich bin ja nicht bei dir. Alter, jetzt muss ich da zu Fuß hinkommen. Hast du nicht vorher noch gesagt, mir egal, was mir hier verfehlen. Ja, mit den Dinos. Oha, unser Lager wird ja richtig auseinandergenommen. Giftzweck ist auch tot? Nein! Ich hatte den doch bei mir. Schön. Ja, ich bin gerade unten angekommen erst. Nein. Welches Level hat denn der? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall kann der nicht so stark sein. Ey, mein schöner Affe ist tot. Ich mach hier kurz mal alles ein bisschen freier. Jetzt geh ich heulen, ey. Oh nein. So. Ich seh ihn nicht, der ist nicht hier. Der unten war im Wald. Ach da. Das ist aber kein Mountain, das ist ein Feuer. Ja, Feuer. Du hast gesagt Mountain. Nein, nein. Doch, hast du. Nein. Oh, hier ist ein schöner Affe. Das ist ein richtig schöner Affe. Oh Gott. Alles klar. Alter, der ist da abgehauen. Ich komm jetzt kurz hin, ne? Ich kann dich doch mit dem Drachen packen. Ach, wofür? Bevor du mich gepackt hast, bin ich schon links da. Komm, jetzt ist hier ein Steko. Ja. Ah, schnell vorbei. Er hat mich attackiert. Dankeschön. So, wo bin ich denn hier? Ich hab den kompletten... Feilschaden. Ne, doch nicht. Wo bist du denn? Bist du jetzt bei ihm in der Nähe? Ja, bin ich. Bei wo? Wo, wo, wo? Ich kann... Ach so. Du bist noch ein bisschen weiter weg, ist alles gut. Ja, wo ist denn der jetzt? Bei mir. Er versucht mich herzugreifen, weil ich ihn gerade angehaucht habe. Daniels, bist du da? Ja, ich versuche aber gerade meine Sachen zu finden. Ich hab extra hier komplett frei gemacht. Ist er down? Ne. So, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Wo sind meine... Wo sind meine Klamotten? Der ist stark. Ja, wo sind meine Klamotten? Pass auf, pass auf. Pass auf dich, dass er dich sieht. Ja, ich brauche meine Sachen. Er kommt, er kommt, er kommt zu dir. Oh, jetzt hab ich ihn getötet. Oh, du bist doch schlau. Richtige Mega-Fail-Folge wieder. Aber das war nicht meine Schuld. Wo sind meine Klamotten jetzt? Ja, gute Frage. Könnte ich Gamma hochstellen, wüsste ich es, aber ich seh sie nicht. Ja, wofür Gamma hochstellen? Ist doch hell genug. Scheiße, wo sind meine Sachen? Wo bist du denn gestorben, ey? Ja, irgendwo hier. Ich weiß ja nicht, wie weit du ihn weggelockt hast. Ich hab hier gar nicht weggelockt. Ich hab hier die ganze Zeit hier behalten. Er war nur hier in der Ecke hier. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Ich sehe noch nicht mal den Affen. Ja, ich seh auch nichts. Ja, ich denk mal, der hat uns abgebaut, ne? Ich guck mal kurz bei der Dinos. Der hat uns sofort abgebaut. Naja, wenigstens haben wir einen Piteranodon. Wenigstens haben wir einen Piteranodon. Ganz ehrlich, der kann von mir aus kann das sterben. In dieser Aktion. Hier, ich hab... Nein! Ist er nicht. Das ist aber Mesopithecus. Ja, ich hab... Ich hab mich gefunden. Kurz Energie hochmachen hier. Oh, wilder, der blöde... Bleib hier. Alter, bloß weg hier. Bloß weg von dem ganzen Scheiß hier. Das, also... Hier, hier. Hast du deinen Affe wenigstens noch? Ja. Ich hab voll vergessen, dass ich den noch auf mich hatte. Aber du hättest schnell mit runterkommen können. Du hattest sogar einen Piteranodon-Potion-Viech. Ja. Der ist auch fast draufgegangen. Der hatte nur noch die Hälfte vom Leben. Ich glaub, der hat noch nie mal mehr Leben. Der hatte die Hälfte... Du hast auf mein Bildschirm geguckt. Hab ich auch. Komm hier runter. Alter. Toll. Das gibt Rache. Das gibt Rache, weil du mir nicht zur Hilfe gekommen bist. Bin ich doch. Aber oben, der ein Dino steckte fest. Dein Spino, auf den du eigentlich aufpassen müsstest. Hä, wieso? Ich hab doch gesagt, ich lass die oben. Naja, Leute. Also, das war eine mega komplette Fail-Folge. Wir haben wenigstens einen kleinen Piteranodon bekommen. Einen kleinen Piteranodon. Scheiße ist natürlich ein mega neuer King. Der hat komplett alles versaut. Ich hätte jetzt... Und die Gary natürlich. Wir hätten jetzt ein... Alpha... Ah, nee. War Alpha. Ein Mountain Mesopithecus. Dann hätte ich natürlich mein Giftzweck noch. Wir hätten Sabertooth. Badass Fire natürlich. Was hätten wir noch? Und den Algi hätten wir auch Feuerart, ne? Also, wenn du mich jetzt runter machst oder so, dann, 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 dann bring ich dich um. Und, geht Topo runter? Ähm, kannst du mich runterlassen? Ich wollte eigentlich... Achso, du... Wie lasse ich dich runter? Auf 10 natürlich. Achso. So. Ah, nee. Scheiße. Naja, Leute. Auf je... Ach, ich bin nackt. Naja, Leute. Auf jeden Fall war es das wieder von der weiteren Folge Alk. Ich hoffe, die nächste läuft besser, weil das... Äh, äh. Die Gary muss dafür büßen. Ist klar, ich. Sie, sie hat... Sie hat... Mein Affen auf dem Gewissen. Also. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, lasst doch einfach ein Kommi oder ein Like da. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020